Ich weiß noch ganz genau. Als ich kleiner war, ich glaube es hat schon so mit sechs Jahren angefangen, habe ich mir immer Gedanken darüber gemacht, was man so als Erwachsener, als Großer alles machen muss, was von einem alles verlangt wird. Man muss selbstständig sein, Verantwortung übernehmen. Die Mama wird halt nicht ewig für einen sprechen können, einen voll versorgen. Ich konnte mir irgendwie nie vorstellen, das irgendwie selber alles irgendwann mal schaffen zu können. Ich meine, wie soll das alles überhaupt möglich sein? Heute mit 19 Jahren geht es mir oft nicht anders. Wenn ich mir vorstelle, was alles für Aufgaben noch auf mich zukommen, dann macht es mir Angst. Angst, dass ich es nicht schaffe. Angst, dass alle anderen an mir vorbeiziehen und ich selber mein Leben nicht richtig auf die Reihe bekomme. Angst, dass das alles für mich zu viel wird. Vor ein paar Monaten hat mir dann ein Freund folgenden Satz gesagt, zumindest glaube ich, dass er etwa so ging. Du wächst mit deinen Aufgaben. Der Spruch hat mich irgendwie nachdenklich gemacht. Brauche ich mir überhaupt so viele Sorgen, Gedanken zu machen? Wie sieht es denn heute aus und was für Gedanken habe ich mir damals zur heutigen Zeit gemacht? Waren die Ängste, die Sorgen begründet? Waren sie nötig? Wenn ich so drüber nachdenke, meistens nicht. Ich hatte zum Beispiel schon immer ein bisschen Probleme mit diesem ganzen sozialen Blah. Ich fand es schon allein schwierig, etwas einzukaufen oder zur Bank zu gehen. Mit jemandem Fremden zu telefonieren. Was ist das nackig? Ne. Da habe ich mir immer gedacht, wie willst du das alles irgendwann mal schaffen? Heute gehe ich fast täglich zur Bank, gehe einkaufen logisch, telefoniere für geschäftliche Spreche und das ganze andere, was halt irgendwie dazugehört. Und teilweise kann ich diese ganzen Ängste von damals nicht mehr mal richtig nachvollziehen. Was hat sich geändert? Keine Ahnung. Außer, dass ich heute mehr Aufgaben, neue Herausforderungen habe. Du wächst mit deinen Herausforderungen. Das wird, glaube ich, auch gut passen. Was ich in der letzten Zeit einfach bemerkt habe, oft machen wir uns zu viele Gedanken über die Zukunft. Manchmal ist es einfach besser, sich drauf einzulassen und sich nicht zu viele Sorgen drum zu machen. Mit den meisten Herausforderungen im Leben wird man irgendwie fertig. Man schätzt sich meistens bloß zu schlecht ein. Man schafft oft mehr, als man selbst gedacht hat. Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, was ich heute alles für Aufgaben habe, ich hätte gesagt, wie soll ich das bitte schon alles schaffen? Also danke, aber das kriege ich wirklich nicht hin. Aber anscheinend klappt es ja doch. Ich mache heute viele Dinge, die ich mir früher niemals zugetraut hätte. Was mich teilweise selber heute noch immer wieder erstaunt. Ich glaube einfach, das ist immer wieder das Problem mit dieser typischen Comfort Zone. Wie oft sagt man, dass man da ab und zu raus muss? Ich würde es ehrlich gesagt auch nicht immer gern. Aber letztendlich sind meistens die Dinge, vor denen man vorher so viel Angst hatte, gar nicht mal so schlimm. Und früher oder später gehören sie eigentlich fast schon zum Normalen hinzu. Und man versteht gar nicht mehr, warum man das vorher so blöd, so schwierig fand. Aber ehrlich gesagt, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass es so ist. Weil man möchte eben nicht unbedingt gerne aus dieser Comfort Zone raus. Das ist ja klar. Das würde sie nicht so heißen. Wie gesagt, es stehen mir und auch dir noch viele Herausforderungen im Leben bevor, die Angst machen können. Denk am besten immer wieder daran, was du bisher in deinem Leben schon erreicht hast. Vielleicht ist es im Vergleich dazu dann gar nicht mehr mehr so dramatisch. Du wirst mit deinen Aufgaben und Herausforderungen im Leben weiter wachsen. Und das ist gut so. Jetzt mal so eine Art Selbstreflexion, keine Ahnung von mir. Aber was hast du zu dem Thema zu sagen? Kennst du die Angst vor Herausforderungen, bei denen du keine Ahnung hast, wie du sie irgendwie schaffen willst? Wie gehst du damit um? Und was hast du zu dem Spruch? Du wächst mit deinen Aufgaben oder Herausforderungen. Vielleicht geht er auch anders. Was hast du zu dem Spruch zu sagen? Was ist deine Meinung? Ich bin wirklich, wirklich, wirklich auf deinen Kommentaren gespannt. Ich freue mich von drauf. Hier findest du mein Video, meinen Job. Falls du es noch nicht gesehen hast, passend zu dem Thema. Hier mein letztes Video, ein, zwei Sachen heißt es, glaube ich. Wir sehen uns wieder nächste Woche und bis dahin. Tschüss.